Hallo, lieber Freund. Mein vierter Kurs zum Download ist jetzt fertig und erhältlich. Er heißt Starke Rhetorik und Körpersprache. Seitdem ich 17 bin, unterrichte ich Rhetorik und Körpersprache fast jeden Tag. Also seit 1985, ich fing sehr früh an, 34 Jahre. Es ist natürlich nicht möglich und auch nicht die Absicht gewesen, all meine Lebenserfahrungen in diesen Kurs zu packen, sondern meine Absicht war, alles rauszufiltern und wegzulassen, was nicht wirklich sein muss als Information. Und die Essenz dessen, was ich im Leben so erfahren, erkannt habe, dir zu geben. Ich bin sehr zufrieden mit, wie der Kurs geworden ist. Er ist exakt das geworden, was ich wollte. Jedes Video trifft den Nagel auf den Kopf. Und ja, toll. Dieser Kurs wird kosten 180 Euro. Er ist ungefähr so lang wie mein anderer großer Kurs. Der heißt Traditionelles Digeru-Do. Ja, ich bin auch Digeru-Do-Lehrer für Traditionelles Spiel. Und der kostet auch 180 Euro. Starke Rhetorik und Körpersprache hat ungefähr 50 Videos. Ich sage ungefähr, weil, wie alle meine Kurse, ist auch eher ein offenes System. Das heißt, nach einer gewissen Zeit kommen neue Videos dazu. Und immer wieder mal. Das ist nur natürlich. Man sieht Dinge vielleicht anders mit der Zeit. Oder es fallen mir noch andere Themen ein. Oder ja, es gibt immer Gründe, auch Videos noch zu ergänzen. Das ist ein organischer Weg, einen Kurs anzubieten. Für den, der den Kurs schon gekauft hat, ist das natürlich ein kostenfreier Service. Ja, der Trailer hier soll nicht zu lang werden. Daher zeige ich dir jetzt Fotos von dem Inhalt des Kurses. Ja, das ist das. Das ist da so was drinnen ist, ein Inhalt. Jetzt zeige ich dir Fotos und kurze Videoclips, was man so hören kann und wie das so aussieht, der Kurs. Also wenn du das verstehst und annehmen kannst, was ich jetzt gleich erklären werde, ist alles anders. Und dann wirst du erkennen, dass der ganze Rest des Kurses, all diese tollen Tipps und Übungen und das Wissen, das ist alles völlig, das ist ein nettes Feuerwerk, Luxusbeiwerk. Der übliche Rasenmäher, Mann. Luxusbeiwerk, weil das alles überhaupt nicht entscheidend ist. Also was ist entscheidend? Ich sage es gleich schon mal und erzähle dann viele Beispiele. Entscheidend ist, wenn du glücklich leben willst, wenn du dich auf dem richtigen Weg fühlen willst. Die Verbindung zur anderen Seite, nennen wir es mal so. Man kennt das unter dem Wort Spiritualität und das ist der Punkt dieses Videos. Was kannst du jetzt daraus machen? Denn es ist zwar alles sehr schön mit den Spirits, aber was kann man jetzt jeden Tag daraus machen? Gibt es da Übungen? Also ich habe zwei erkannt in diesen letzten Tagen, wo ich mich fragte, okay, wie erzählt man das? Und wird man jetzt als völlig bekloppt gehalten? Und ist das das Ende des Kurses? Kann man überhaupt noch Rhetorik trainieren? Absolut. Wir gehen jetzt in eine neue Phase in diesem Kurs. Und zwar wird es um deine Stimme gehen. Du könntest dich jetzt fragen, mit einem gewissen Recht brauche ich das. Ich meine, ich habe eine Stimme, sie hat mir viele Jahre gut gedient, ich kam mir immer gut klar. Können wir das überspringen? Naja, einerseits. Andererseits, was ist mit Geld? Sollten wir in diesem Kurs zumindest in einem Video über Geld sprechen. Ich meine, das Geld, das du hast. Da gibt es einen interessanten Spruch in dem Kinofilm Wall Street, wo Michael Douglas etwas sagt. Er spielt da diesen Börsenguru-hai, reichen Menschen, der diesen Satz sagt. Und wenn du nicht flüssig bist, kannst du niemanden ans Bein pinkeln. Gut, das sind harte Worte. Aber man kann nicht leugnen, da ist ein Teil Weisheit und Wahrheit drin. Ein großer. Die Frage ist in diesem Video, beeinflusst es deine Rhetorik oder gar deine Körpersprache? Beides. Wenn du zum Beispiel viel Geld hast oder eben kaum Geld, zu wenig. Wenn du Dinge sprechen sollst, weil man dir aufgetragen hat, das so und so zu sagen. Ob das, was das so macht mit deiner Rhetorik und deiner Körpersprache. Vielleicht beneidest du Menschen, die so eine Art, es scheint ein Talent zu sein, haben, im richtigen Moment das Richtige zu sagen, mit einer tollen, witzigen Ausdrucksweise plötzlich kommen, einen tollen Witz haben, das richtige Wort zur richtigen Zeit oder eine Kurzgeschichte oder so etwas. Genau in dem Moment, wo es richtig gut passt. Man spricht von Schlagfertigkeit. Die immer wissen, was sie zu sagen haben, um dann richtig toll weiterzumachen. Also wie die das machen. In diesem Video sprechen wir über unterhaltsam zu sein. Die Entertainment-Seite an sich zu entdecken, zu entwickeln. Wie macht man das? Das Thema dieses Videos ist bildhafte Sprache. Das Sprechen in Bildern. Technisch betrachtet können wir das in drei Weisen tun. Man kann Anekdoten erzählen. Ja, wieder auf der Straße ins Nirgendwo. Aber wenn jetzt ein Lastwagen um die Ecke kommt, auch noch bergrunter, dann gute Nacht. Aber was tut man nicht für ein gutes Video. Ich habe gerade das Video gemacht, das du vielleicht auch gerade gesehen hast, über wie man mit Lampenfieber umgeht. Und kam noch auf den Gedanken, ich sollte dir eine Sache doch noch empfehlen. Ein wichtiger Tipp. Und zwar, eine alte Weisheit in der Rhetorik heißt, wenn du jemanden überzeugen willst, darfst du nicht irritieren. Ich habe das Wort, jemanden zu überzeugen, ja früher in diesem Kurs schon als etwas fragwürdig dargestellt. Das Konzept, jemanden überzeugen zu wollen oder zu müssen, hat einen komischen Beigeschmack für mich mittlerweile. Aber benutzen wir das Wort trotzdem mal einfach, weil es bequemer ist. Es geht um, das ist dieses Video, die Form eines Interviews, im nächsten Video Präsentation, das dritte Video Moderation. Kann ja sein, dass du es mal brauchst beruflich. Wir gehen das Thema Interview an von beiden Seiten. Man kann ja auch der Interviewte sein. Besser, ich mache es so, dass ich es hinter mir habe und kann ich wieder nach Hause gehen. Kann sich gucken, ja. Du kannst aber auch realisieren, das ist ein besonderer Moment im Leben. Und so oft stehen Menschen nicht auf einer Bühne, es sei denn, dass es wirklich ihr Beruf ist. Und dann fühlt sich das ja auch schon mal anders an. Aber sogar da, eine lange Zeit, vielleicht sogar immer, hat man das Gefühl, man ist dann doch für diese Zeit, die man da oben etwas macht und von allen angeschaut wird, da ist man nicht ein normaler Mensch, der Mensch von nebenan. Sondern da ist man schon was Besonderes. Einfach, man sitzt ja nicht da unten, sondern man ist jetzt da oben und man kann nun entscheiden. Jetzt rocke ich die Hütte. Jetzt lasse ich mal richtig was ab. Jetzt befreie ich mich und lasse die Energie wirklich raus. Und habe Spaß dabei. Ja, so sieht das Ganze also aus. Und du hast einen kleinen Eindruck, was ich so erzähle. Der Kurs ist so angelegt, dass es kaum Übungen darin gibt. Zwei, drei. Aber der ganze Rest ist so gedacht. Du legst dich entspannt hin, setzt dich nett hin in einen Sofa, einen Sessel, kühles Bier und nimmst auf, vielleicht ein Video pro Abend, dann bist du beschäftigt für fast zwei Monate. Und du musst eigentlich nicht mal nachdenken, über was ich dazu sage in den Videos. Lass es einfach einsinken und lass der Natur ihren Lauf. Ich weiß aus viel Erfahrung, dass diese Art zu lernen hervorragend funktioniert. Es ist sehr organisch, dieses Lernen. Wir machen nichts in deiner Natürlichkeit. Das ist sehr wichtig. Alles passiert, wenn etwas passiert, organisch und natürlich. Plötzlich stellst du nach einer gewissen Zeit fest, du sprichst selbstbewusster, klarer, zielgerichteter. Du verstehst Dinge besser, die zwischen Menschen ablaufen. Du siehst dich und wie du so bist, zu anderen vielleicht anders, differenzierter. Du wirst definitiv selbstsicherer werden. Du wirst definitiv mehr Bewusstsein haben für deine Sprache, was andere sagen, wie du darauf reagierst. Auf Dinge mehr Bewusstsein legen können, die vorher einfach da waren. Jetzt ist dir klarer, was der Sinn und Zweck ist. Wie du vielleicht smarter an Sachen rangehen kannst. Oder selbstsicherer. Oder bescheidener. Alles wird besprochen in dem Kurs, was mir wichtig erschien. Und ja, dann, wenn du interessiert bist, kontaktiere mich via E-Mail. Du findest meine E-Mail-Adresse im Text unter diesem Video. Und ich schreibe dir dann meine Bankverbindung. Nach bestätigter Zahlung bekommst du einen Link von mir geschickt zu deinen Videos. Die sind gespeichert in der Cloud einer Schweizer Webspace-Firma für Lebenszeit. Das heißt, du kannst Tag und Nacht zugreifen auf deine Videos. Du kannst einzelne runterladen. Alles runterladen. In deinem Smartphone Videos mitnehmen. Wie du willst. Alles geht. Ja, dann vielen Dank, dass du mich kontaktierst. Und bis bald. Tschüss. Tschüss.